Tina im Kirchturm Die erste Kerze brennt, es ist Advent. Sie bringt uns ein warmes Licht und zeigt Gott, verlässt dich nicht. Sie bringt uns ein warmes Licht und zeigt Gott, verlässt dich nicht. Die zweite Kerze brennt, es ist Advent. Sie bringt uns ein warmes Licht und zeigt Gott, verlässt dich nicht. Sie bringt uns ein warmes Licht und zeigt Gott, verlässt dich nicht. Die dritte Kerze brennt, es ist Advent. Sie bringt uns ein warmes Licht und zeigt Gott, verlässt dich nicht. Sie bringt uns ein warmes Licht und zeigt Gott, verlässt dich nicht. Jetzt ist schon der dritte Advent, bald ist Weihnachten und bei uns ist es jetzt ziemlich, ziemlich kalt, aber leider fehlt der Schnee noch. Ich weiß, es ist bei euch vermutlich anders und da hat es viel geschneit, aber bei uns leider noch gar nicht. Und deswegen dachten wir, wir holen uns einfach den Schnee zu uns hinein. Macht ihr mit? Ihr könnt vielleicht ein weißes Tuch nehmen oder etwas Watte und wenn ihr habt, vielleicht noch richtigen Schnee, aber da würde ich sagen, dann geht ihr vielleicht besser raus. Und dann können wir es einfach mit einem Lied bei uns schneien lassen. Viel Spaß dabei! Leise rieselt der Schnee, still und strahligt der See. Weihnachtlich glänzt der Wald, freu dich, Christkind kommt bald. Weihnachtlich glänzt der Wald, freu dich, Christkind kommt bald. Weihnachtlich glänzt der Wald, freu dich, Christkind kommt bald. Weihnachtlich glänzt der Wald, freu dich, Christkind kommt bald. Weihnachtlich glänzt der Wald, freu dich, Christkind kommt bald. Weihnachtlich glänzt der Wald und freu dich, Christkind kommt bald. Bei uns ist es jetzt ganz schön weiß geworden hier in unserem Zimmer. Wir wünschen euch ganz viel Spaß im Schnee, baut einfach mal ein Schneemann für uns mit und dann eine schöne letzte Woche bis zum Heiligen Abend. Tschüss, wir sehen uns dann. Untertitelung des ZDF, 2020